Hallo, heute lernen wir das Wort Zimmer und heißt auf Ägyptisch Oda. Meine Wohnung hat ein Zimmer. Sha'iti, Oda, Wahda. Sha'iti, meine Wohnung. Oda, Wahda, ein Zimmer. Du kannst hier vorstellen, dass du auf Deutsch sagst, meine Wohnung ist ein Zimmer. Wir haben kein Verbesein. Du sagst Sha'iti, meine Wohnung. Und bei der Zahl 1, erstmal verwendest du das Wort und danach der Zahl 1. Oda, Wahda, Zimmer 1 und hier ist ein Zimmer. Sha'iti, Oda, Wahda, Wort zu Wort, meine Wohnung, Zimmer 1. Sha'iti, Oda, Wahda. Mehr zur Form ist Owaad. Sha'iti, Talat, Owaad. Meine Wohnung ist 3 Zimmer. Aber ab Zahl 3, du verwendest erstmal die Zahl und danach das Nomen. Und genau deshalb habe ich hier erstmal das Wort Talat 3 verwendet und danach das Wort Zimmer. Das heißt, wenn du die Zahl 1 verwenden möchtest, erstmal das Nomen und danach die Zahl. Ab 3 kannst du machen, genau wie auf Deutsch. Du sagst auf Deutsch 3 Zimmer. Auf Arabisch auch oder auf Ägyptisch sagen wir Talat Owaad. Das Wort Talat 3 und Owaad Mehrzahlform für das Wort Oda. Vielen Dank für dein Interesse und bis bald. Tschüss.